Musik 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 Ey mit irgendwem habe ich doch gestern übels rasiert oder? Ich glaube nicht Also soll ich jetzt Salbein nehmen oder was? Wäre egal, wie nur nehm Also er meint ich soll Salbein nehmen Hurenzonen Hurenzonen Noch ein Schuss Auf Wiedersehen Vielleicht ist das noch einmal gewesen Musik 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 zu, Dead Man. No! Ich hab' nicht geguckt, ich hab' nicht geguckt, ey alles gut. Geh, 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 geh! Ich geh' da nicht nahe, ich geh' da nicht nahe. Ich heil' dich nicht, du Huren-San! Soll' ich dich heilen, soll' ich dich heilen? Soll' ich dich heilen? Oh mein' den Lern-Zahn! Was ist mit seinem Mikrofon, Alter? Das ist einfach was, wo's denn eingebaut? Oh, ich kann reviven. Oh, hier ist aber niemand. One side, on the left. One of the two gates. Du kannst auch mit dem Maul mal halten, ja? Nein! Mach deinen Ausschuh, mach dir erstmal in der Leitung raus, du dumme! Mann! Woah! Wow! Wow! 16 Hits hab ich der Race gegeben 16 OH! That's a lot of damage! Das kann ne gute Runde werden oder für dich? Schon ja Oder für Bubu Meinst du für Bubu wird das ne gute Runde? Waa! Was ist mit dein Mikro? Nein, warte N ... Ey, da, jonger, was ist denn mit nem Mikrofon? Man is da so ganz normal am Leben Und dann kommt nochmal so Ich bin Eisenbahn. Ja, da sind welche. Junge, sein Mikro. Da kommt immer diese, da kommen immer Bass-Drops. Ja, aber ich habe auch so einen Freund. Der spielt halt mal auf der Xbox und der hat sein Mikrofon gefüllt. Wie kommt? Hallo? Ich hasse mein Leben und ich hasse auch dein Leben. Das steht doch hier unter mir oder wo? Woller Sar, gestatten Sie eine Zwischenfrage der AfD? Nee, von der AfD nicht. Das ist ein Problem. Ich habe ihn! 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 wird Can you do it? Can do it Can do it You can do it hat er gesagt Ja Hat er gesagt die ist irgendwie dumm gewesen die hat doch ne smoke abgeschossen ne linke seite müsste doch immer sein meinst du da? ja 83 kassiert Ich hab grad mit meiner Marshal Gegen zwei Joga Ich hab mich abgeworfen Hat der irgendwas geschrien? yeah hey man, habe ich den Omen gekillt?! Ja, ich hatte einen Kupfeder.